So, dann machen wir mal einen Kampfklub. Ja, bestimmt. So, der ist ja auch ganz leicht. Ja, na guck mal hier. Löffel 1. Viel Spaß. Jetzt kann man hier ein Doppel-Kombo machen. So, vernünftig. So, nächste Runde. So, los, schick mir ein paar. Oh, den habe ich jetzt zu spät gesehen. Komm hier. Rösschen in den Arm, schlagt in K.O. So, das war schon wieder. Weiter, weiter, weiter. Ich werde euch alle vernichten. Wer schlagt mir die Zähne ein? Ich lacht dich aus, Mann. Ich lacht. Am Reutung und K.O. schlagen. So, nächste Runde, die ich schaffe. Weiterkämpfe, ein Runde haben wir noch. Da haben wir den Kampfklub hier auch bestanden. Bestanden. Oh. Da fiel ich den Treffer ab. Bäm, bäm, bäm. Kaui macht's. Oh, der ist ja. Da muss ich erst mal die Verteidigung brechen. Sehr lustig. Ja, der Drachenstolz, äh, Deutsch bekommen. So. Oh, ein Trophäe. Auch noch. Wie sieht's denn aus hier mit meinen Fähigkeiten? Habe ich jetzt schon? Nee, ich brauche noch einen Fähigkeitenpunkt. Dann gucke ich mal nach Waffen. Hier, ich kann schon ein bisschen was, äh, besser wird jetzt nehmen. Uh, 241, 2, 1, 2, 2, 3 und 6. Oh, der ist gut. Der ist gut, aber dazu brauche ich Stufe 9. Hier brauche ich 8, 7, 7. Aber Oris Kukri. Die könnte ich benutzen, herstellen. Dann ist die schon mal ein bisschen besser. Meine Waffe. Äh, gut, der ist schlechter. Und dann könnte ich ein Blutgürtel herstellen. Oh, da fehlen mir... Hä? Ach. Guck mal, da kann ich nur mit diesem Helix Ding anrufen. Okay, das hier erledigt. Mache ich erst mal nicht. Den könnte ich herstellen. So, Upgrades. Da kann ich, äh, den Bombenbeutel machen. Ähm... Und Gang Upgrades. Gut, jetzt habe ich kein Geld mehr. Kein Geld mehr. Ähm... Gut. Dann nichts weiter. Was, 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 was ist denn hier los? Ein Frachttiebstahl. Wäre mal was. Wäre ja mal ja ein Ani Bar. Weil hier muss ich auch einig machen. Also einige Diebstähle und Sabotagen und so weiter und so fort. Weil ich muss ja die Loyalität hochkriegen. Erstmal gibt es dafür eine Trophäe. Und, äh, ich kriege ein paar Gegenstände dafür. Das ist natürlich auch gut. So. Den Musik entführen. Ich bin auf der Strafe. Das ist schon mal hier. Ich gucke, ob die mir hier läuft. Ich wollte gerade sagen, ob die mir überhaupt herkommt, aber... ...die sind schon da. Ja, ja, das Bücher sieht. Boah, die muss ich jetzt alle ausschalten. Da, los! So, sehr schön. Heik, ui, schafft! So, du, schick, so, du. So, hier. Abgebende Ding. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Material bekommen. Natürlich auch hilfreich. Später zumindest. So, das habe ich schon mal gemacht. Dann will ich nicht noch mal machen. Dann mache ich den Frachttiebstahl. Oh, super! Guckt mal, es hat ordentlich was gebracht. Und zwar... Ah, Quatsch. Kann ich jetzt... Ähm... Wo war es? Fähigkeiten. Das letzte Kampf-Upgrade machen. Ob, hier. Tada! So, Trophäe gab es auch. Das ist jetzt echt gut. Ding hier. Das... So, und dann mache ich hier beim Ökosystem weiter. Schleichen will ich mit dem brauche ich. Mit dem jetzt nicht unbedingt machen. Deswegen mache ich dann, äh, das Ökosystem. So, was machen wir jetzt hier? Den Frachttiebstahl stimmt. Immer schön gucken, ob hier irgendwo die, die Statue ist. Ich glaube zwar nicht mehr, aber jetzt finde ich irgendwo, aber aufgeben ist es nicht. Wenn wir jetzt schon schnell hier unterwegs sind. Das sehe ich natürlich nichts. Aber ist hier was? Nee, nicht so wirklich. Fuck. Hey. Ach. Was ist mit ihm hier? Nein, da brauche ich nicht mehr helfen. So, hier kann ich aber mal rekrutieren. Ach. Zack. Guck mal, da sind auch zwei. Und ihr könnt mir mal ein bisschen helfen. So, die kommen nämlich jetzt auch mit Rufgeben. Jedenfalls Ena. Komma, hier, los. Ja. Nein, fahren. Fahren. Ich habe mich verdrückt. Ja. 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 Oh, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt einen Gas gebe, dann bin ich weg. Ach, das ist wunderbar. Richtig cool. Yeah. So, auch das haben wir. Ja. Ja. So, dann gab es hier ein, ein Rennen hier unten. Da habe ich noch nichts gemacht. Dann kann ich den Obenaier Angriff nehmen. Okay. Ich bin jetzt eine Krutsche ganz cool, aber... Ah. Gib mir mal die Krutsche. So. durch kollidiert tut mir leid ein problem so hier